Willkommen auf der Sartox zu dem ersten Volume von Our Last Crusade or the Rise of a New World. Mit dem ersten Sammelschuber, bitte nehmen wir mit dem Sammelschuber zu dem ersten Volume halt. Konnte man sich als Combo-Paket auf Akiba Pass kaufen, Link dazu in der Videobeschreibung. Ich packe jetzt erstmal fix das erste Volume aus und dann gucken wir uns noch den Sammelschuber im Detail an. Hatte ich mir dann doch mal vorgestellt, dass ich eine Aktion gab, auch mit Poster, wobei das Poster kann ich ja gleich mal vorne ran machen. Das habe ich immer so separat. Das ist nochmal das gleiche Motiv, wie ihr da auf dem Sammelschuber seht, nur ein bisschen größer. So, das erste Volume. Der FSK hat schon vorne keinen abgezogen, wenn ihr es noch aufgeklebt ist, also nicht fest. Das erste von zwei Volumes haben wir hier, mit den Episoden 1 bis 6. Äh, ziemlich lange Episodentitel, muss ich schon sagen. Dann als digitale Extrasen draufgehen, Opening und Ending. In Sprachen Deutsch und Japanisch mit deutschen Untertiteln. Das Ganze geht 150 Minuten, Bildformat ist 16 zu 9 Full HD. Ton ist 2.0 Stereo. So sieht das dann innen aus. Und nochmal Wendecover ohne den FSK-Flatschen. Die Disc. Das packe ich mal wieder zusammen. Und dann, da brauche ich keine Schere, das mache ich auch mit dem Finger. Ich brauche doch die Schere. So. Zack, da haben wir es. Das wäre dann der schöne Hardcover Sammelschub. Ein bisschen schadet, dass irgendwie das Frontmotiv mit auf die Seite übergegangen ist. Es ist nur versetzt. Leider. Aber gucken wir mal, ob das reinpasst. Ja, das zweite Volumen soll da auch noch gut reinpassen. Ja, falls ihr euch das gute Stück kaufen wollt, wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr bei meinen anderen Videos herbeischaut. Ansonsten, bis zum nächsten Mal und ciao.